Die Torle Oberschule nahm an den Wettbewerb Starke Schule teil. Am 21.01. fand dazu die Preisverleihung in Dresden statt. Zuvor war eine Jury in der Schule zu Gast. Zunächst kamen diese dann unter die Top 5 in Sachsen. Am Ende erreichte die Torle Oberschule nur Platz 3, aber sie konnte sich gegen 50 weiteren Bewerbern in Sachsen durchsetzen.